Und weiter geht es mit einer besonders knusprigen Folge World of Warcraft Classic Hardcore. Wir sind hier in Orgrimma, wir leveln ja aktuell im Brachland, aber ich dachte mir, wir schauen mal, was in der Post so ist. Ich habe ja jetzt einen Tag nicht gespielt, ja, und ich sehe, der Beutel wurde nicht verkauft, aber hier ist einiges auch mit 8, 9 Silber und so. Ich glaube, ansonsten hat sich alles verkauft. Das ist schon mal nice. Wie gesagt, wir haben ein bisschen nicht gespielt gehabt, aber kommen wir aufs erste Gold. Alter, wir haben unser erstes Gold, Leute. Wir haben mit level 13 unser erstes Gold, obwohl wir uns relativ viel Kram aus dem Auxionshaus gekauft haben. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz nice. Ich würde sagen, sollten wir uns vielleicht als Gönnung, weil wir ein Golderreich haben, irgendwas gönnen. Also ich würde erst mal sagen, wir hauen erst mal diesen Beutel rein, ja. Den müssen wir irgendwie loswerden. Dann machen wir mal 1,99, 2,50. 1,99 und 2,50. Das sollte auch passen. Sollte ich mir einen größeren Beutel kaufen, weil wir haben nicht so viel Platz. Vollstofftasche. Gönnen. Behälter. Das ist natürlich alles so teuer, ja. Nach Stufe. Natürlich macht keinen Sinn, aber hier. Hetzchen Silber. Komm, eine weitere gönnen wir uns. Dann hätten wir nochmal ein bisschen mehr Platz drin. Gut, das machen wir. Dann. Umhang. Also mein Umhang hat nur 11 Rüstung. Brust würde ich sagen, Stufe 6. Armschienen. Also die Waffe ist ganz gut. Spur. Hose. Hose, Brust. Umhang und Handgelenke. Also das allererste würde ich sagen, Handgelenke. Wir schauen mal. Also hier. Bei Ausdauer. Das ist eigentlich schon mal ganz gut, ne. Ich würde sagen, wir nehmen uns den hier mit. Das ist der richtige, ja. Mehr Rüstung und auch mehr Leben. Sehr wertvoll. Dann schauen wir mal nach Brust. Le Brust. So. Gibt es sogar Level 13er. Rüstungen. Ah, das wäre sehr gut, ne. Aber auch sehr teuer. Wie sieht es denn mit dem Sixpack hier aus? Das geht. Drei Ausdauer, drei Stärke. Das ist auf dem... Das ist deutlich besser im Gegensatz zu unseren. Das gönnen wir uns auch mal. Und dann vielleicht noch eine Hose. Ich weiß, ich habe wieder viel Geld ausgegeben, aber wir kommen unserem Gold ganz schnell wieder näher. Ich bin nicht überzeugt, Leute. Aber wir schauen erst mal, was das höchste Level hat. Wie kommt das? Wir schauen erst mal, was das... Ich bin nicht überzeugten. wir beweglichkeit und ausdauer weiß nicht ich würde sagen ja wir machen das einfach mal ist auf jeden fall deutlich besser als unsere haben wir auch noch ein bisschen mehr leben warum nicht da brauchen wir es eigentlich noch einen umhang vernünftigen umhang warte mal schultern gibt es irgendwelche koppelschultern wir schon anziehen können erst ab 15 ok können wir noch nicht umhang wo gibt es doch mal umhang schilde unter stoff rücken ja gut steht zwar kein stopp dran aber ist stoff die gehen mal wieder bis zu level 13 irgendwie oder so okay ziemlich viel verteidigung intelligenz natürlich nicht irgendwas mit stärke ausdauer wäre auch schon mal nice ausdauer ein stärker und wir uns stehen ja das ist auch relativ günstig gut dann habe ich halt die hälfte von gold ausgegeben aber wir sind auf jeden fall wieder besser am start und es ist am anfang wichtig ja es hat schon die rüstung also was wir uns so gekauft haben das ein oder andere mal das den hintern gerettet deswegen bilden wir uns einmal alles das allein schon vom leben 368 ja 368 merken wir uns ja schaut euch das mal an 110 leben mehr das ist schon verdammt viel ja wie viel prozent sind das wenn man das so rechnet ich glaube das sind bestimmt 30 prozent an leben die ich mehr habe und wir mehr rüstung und haben auch mehr stärke das darf man auch nicht vergessen da würde ich sagen zack den könnten wir dann auch wieder verkaufen den kram verkaufen wir so wird es heute eine bonus folge wahrscheinlich aber jetzt haben wir so viel zeit im auktionshaus verbracht aber ich dachte ich würde euch das mal zeigen bis sie mitnehmen und wir sehen natürlich stylisch aus aber in zukunft wir werden das eh nicht immer tagtäglich machen das 11 gold ist der irre ist der irre so 1 99 2 10 machen wir 1 99 und 2 10 so der kram wird dann verkauft warte wir können direkt ruhestein eigentlich einsetzen weil hier gibt es können wir annehmen obwohl ups was war das denn gerade ich würde sagen sind wir eh noch zu low für lassen wir erstmal nehmen wir erstmal nicht an und flammenschlund ist auch noch nicht am start noch ein bisschen zu hart für uns so also ah verkaufen genau wir wollten verkaufen sucht ihr etwas bestimmtes da können wir auch wieder ein bisschen cash raus ja nicht viel aber ein bisschen auf 1 60 sind wir wieder gut passt doch und wir haben hier eine quest die wir noch annehmen können ach ja das war ja mit diesen pilzsporen ne hier können wir auch was abgeben beim flugmeister ich würde sagen wir nehmen das mal an ich weiß nicht in was für einer zeit wir das schaffen müssen was jetzt ist die zeit abgelaufen flüchtet die lebenden hier in 40 minuten das war ja hier ne mit dem pilzsporen wir brauchen nochmal eingesammelt wir brauchen wir brauchen geschlossen echt warte mal wie heißt die quest jetzt äh ach hier ja 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 ein tunder aber wie viele Wichtig wie viele Soma warte mal ach so wir müssen da hin .. wir müssen ins neue gebiet eigentlich ach gut die quest die brechen wir erst dann erstmal ab ich dachte das wäre jetzt irgendwie was anderes aufheben ja zerstören wir dann erst mal ich würde sagen wir geben uns in die richtung wir müssen eh noch die ganzen wild hier und so killen aber hier haben wir auch was zu erledigen ich denke das wäre die beste lösung wird sagen was machen wir demnächst ja nach mulgore hier wird es ja auch demnächst lohnt zu questen würde ich sagen aber wir machen erstmal hier alles ready wir klären hier erstmal einiges und ich will irgendwann noch die hier machen der klaue das machen wir dann zusammen wenn wir glaube ich mit level 14 ich glaube mit level 14 sollten wir es packen wir haben jetzt mittlerweile auch bessere rüstung das sollte eigentlich kein aber gut wir haben jetzt einiges mehr leben und ich habe mir keine tränke wollte also einen habe ich noch gut das sollte erst mal reichen sollte erst mal reichen und hier haben wir die hier noch wenn wir mal zwei versuchen ich bin aus sich nur mittig wahrscheinlich gut er hat den irgendwie nicht gepult mein glück so heute mal und kollegen nicht drauf ich habe wieder so ein glück glück schon weg mit dem aber wenigstens geben die mir ein bisschen kram ja es ist so weit machen wir wieder ordentlich moneten so weg mit dir die hauen aber schon besser rein also kommt mir auf jeden fall so vor das liegt daran dass die level 11 sind das kann natürlich auch sein und das schön ist wir haben jetzt mehr platz wir ordnen mal so ein bisschen so hallo die kollegen brauchen wir nicht dass hier sollten wir irgendwie drum herum laufen ich würde sagen hier links rum die links rum ist glaube ich am besten okay wir laufen mitten durch na gut warum auch nicht aber die sollten uns keine probleme machen hier hätten wir kupfer vorkommen da hätten wir hinten auch noch eins aber die lassen wir erstmal aus wir finden eh noch genug leute wir finden noch genug keine sorge wir haben hier schon ordentlich geld gemacht das passt erstmal perfekt wir haben es einfach fertig mit dem kollegen haben wir die quest einfach abgeschlossen das heißt wir können schon mal zwei quests abgeben was ultra saftiges wir brauchen da noch deviat belege und da ist einer gestorben irgendwann rest in peace gestorben hier beim campen ne gut hier ist ein hexenmeister da haben wir doch was zum sammeln ach komm her drauf haben wir nicht genug skill punkte schaffen wir die zu zweit ich will es wirklich riskieren was wenn ich den so hier her hole holt ihr den mit nein ok Glück gehabt ich glaube zwei ich mach lieber einzeln mach es lieber einzeln warum hau den weg und den level ab dann gehen wir nochmal hier rein das ist zu weit entfernt nicht genug gewohnt nicht genug gewohnt Level 14 also der nächste auf jeden fall nochmal nach Dorota und die quest erledigen wie ich gesagt habe dann würde ich direkt drei auf einmal machen können und die gehen auch relativ schnell aber wir machen erstmal hier wir machen erstmal hier ich hoffe der hätte jetzt nicht alle weggefarmt aber hier müssen wir auch noch Vorratskisten sammeln das passt schon das passt doch schon aber das ärgert mich jetzt gerade mit dem äh mit dem Zinn vorkommen ne das ärgert mich gerade schon machen wir da Kupfergut einladen macht er mit hat er Bock einladen grüßen was nein nein peinlich einfach nur peinlich einfach nur peinlich so dann hauen wir da mal ordentlich rein ich weiß nicht wem der noch braucht aber das wird schon passen das wird schon passen Leute gut dass wir eine Gruppe haben gut dass wir die Kollegen hier getroffen haben nicht genug das ist immer ein bisschen geiler ne oder wenn ich so ein kleines Team der ist jetzt sagt ein Team auch den da hinten ich brauch die Bordskisse dann hätten wir das nämlich auch wer damit mit na gut äh Kupfer hoffe ich close nicht weg werden wir jetzt sehen und da hinten ist nochmal Kupfer das ist nice Gruppe ist immer nice die muss die gar nicht mehr killen ne die braucht eigentlich nur noch die hier ne oder mitglied 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 mh keine ahnung supply äh ich denke sie mein das ne jetzt bin ich halt da gerade ruhig weil ich mich ganz auf schreiben konzentrieren musste Musikerin äh Musikerin äh äh alles klar wir werden es einfach mal versuchen vielleicht droppt da irgendwas cooles oh nein kann ich noch nicht tun kann ich noch nicht tun oh nein kann ich noch nicht tun das ist überhaupt nicht gut aber es sieht gut aus es sieht gut aus heute oh wir holen uns dem einfach rein nicht genug gewohnt was soll denn das nicht genug gewohnt ich mach alles magier wir 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 y ok so vielleicht braucht das ja alles klar So, also Ich brauche Noch was Brauche ich die hier noch? Drei, ja Ich brauche noch drei von denen Vielleicht ob die mir jetzt nicht hilft Ich muss das auch nicht schliessen Ja, sie hilft mir Ja, sie hilft mir So, warte mal Ich muss auch noch mal Schlachtruf machen Die habe ich leider nicht Du kannst diese Quest nicht annehmen Scheine ich die auch nicht zu besitzen Na, schade Schade, schade Äh, was muss ich denn noch killen hier? Den hier Den Dude muss ich noch killen Einen Ich bin außer Reichweite Kann ich noch nicht tun Ich revanchiere mich Das Ende Achso, ne ich, das kam von meinem Questie Alles klar Ich habe mich gewundert Ich habe mich schon gewundert Irgendwie muss ich doch noch killen Geomanten Die hier Aha Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt Aber cool, dass die mir den Seelstein noch gegeben hat Der gibt mir 100 Crazy spells Crazy spells Aha Geomanten ist ja auch killen Aha Das passt doch noch Das ist doch nice Dann komme ich auch schnell nach vorne, Leute Dann kommen wir hier Na super Kann ich noch nicht tun Und weg mit dem Das verschrauben wir mal so ein Ding hier rein Warum nicht So Hier ist noch einer Ich muss näher hin Nicht in Ich brauche mehr Wut Nicht genug Alles klar Einzeln Kriege ich schon hin Das krieg ich schon ohne Probleme hin Bam Weg mit dem Überwältigen ist halt ultra, ne Überwältigen kriegen ist geil So, wie gehen wir da jetzt voran Na super Ich muss Weg mit dem Polenian Sieht auch soweit ganz gut aus Mach schon mehr Bock, ja Muss ich schon sagen Ist hier noch ein Geomant Ich brauche noch einen Ich brauche drei Hier ist definitiv keiner Da Da hinten ist einer Das ist zu weit entfernt Kann ich Weg mit dem Ich brauche mehr Wut Ich brauche leider noch Ich bin außer Reichweite Kann ich noch nicht tun Hier haben sie noch einen Nebenan Alles klar Jetzt sind wir Solo unterwegs Aber das packen wir Das packen wir Easy Wenn wir die Quiz auch fertig haben Und dann zurückgehen Hab ich eigentlich einen Ruhestein In den ersten 43 Minuten Ich brauche jetzt noch Genau einen Da hinten meine ich Waren auch welche Naja wir haben auch ein bisschen Mal was zur Seite zu packen Ich weiß nicht ob ich jetzt Mittlerweile Zinn abbauen könnte Ich sollte vielleicht mal Einfach Kupfer verhütten Einfach damit wir ein bisschen Skillen Mystiker Mystiker sind alles Mystiker Brauche einen Geomanten Leute Das ist wieder Kupfer Aber Ne Der Kampf dafür lohnt sich nicht Hier ist bestimmt noch einer Brauchen nur noch einen einzigen Dann wird das hier fertig Habtorn Habtorn Köpfe brauchen wir auch noch zwei Das könnten wir eigentlich auch noch auf dem Rückweg machen Aha Das ist zu weit Das ist zu weit Das kann ich nicht tun So hau ihn weg Ich glaube sehr gut Überwältigen auch Brauche mehr Wurz Sehr schön Waren wir das auch Ich weiß nicht ob ich mittlerweile jetzt Zinn abbauen kann Ich laufe mal vorbei Nur um zu spicken Wo ist denn der Zinn vorkommen Okay ich glaube es ist zu weit weg Ich glaube wir lassen das lieber Heute Die Gier ist da Wenn das schon so da rumliegt Das ist als ob Cash auf dem Boden liegt Oder beziehungsweise Loot Okay dann in Richtung zurück Wir können auch neue Quests annehmen Die Löwen müssen wir eigentlich auch killen Aber wir haben einiges zum Abgeben Das hat sich dann heute richtig gelohnt Geld Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Belohnung Haben sogar wieder ein bisschen Leder Es läuft Leute Was soll ich sagen Es läuft Aber ich würde ganz gerne noch Ja das bei den Löwen und Raptoren Wir brauchen nur noch zwei Raptoren eigentlich Da ist schon einer Ich meine die droppen die sofort Wenn ich mich nicht irre Droppen die Köpfe sofort Äh 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 Nicht genug gewohnt Wenn's ja dann Sollen wir auf jeden Fall noch Ein Raptor aufsuchen Ein Raptor Ja komm einer noch Dann machen wir so eine kleine Kurve Okay die sind nur im Weg Warte mal guck mal wer da hinten Vielleicht Wir sind hier Löwen Ne Das war eine andere Stelle mit dem Baum Ne mit den Löwen Hier leider nicht Ein Raptor noch Guck mal wer hier auch Ach dahinter Müsste ich mich aber ein bisschen durchkämpfen Glaube ich ne Ah Ah ne Was lassen wir dann Sind hier auch Hier sind die Löwen Komm das packen wir alles zusammen auch noch Löwen Raptoren Komm schon Mich weg klauen bitte Oh nein Der hat mich in den Raptor weggestammt Hätt ich den gesehen Hätt ich den mal vorher Oh da hinten ist einer Hätt ich den mal vorher gesehen Aber da hinten ist einer Wir nehmen uns mal Trotzdem das Leder mit Weil ich bin Wieder mal gierig Das mit den Löwen Das müssen wir halt noch Demnächst an dem Bei machen Ich seh jetzt hier keinen in der Nähe Ich bin außer Komm hau ihn weg Hau ihn weg Ja wir sind mittlerweile Strong unterwegs Muss ich schon sagen Ah warte mal da hinten Komm Wenn der schon so da rumgammelt Why not Why not Leute Aber Ich brauche noch mal Ich brauche noch insgesamt drei Das ist zu weit entfernt Wir sind auch nicht genug gewohnt Drei Stück Hier Ja komm Vielleicht kriegen wir es ja Nicht genug gewohnt So Schön häuten Durchschnurne Ich bin außer Reichweite Kann Wird die alle weghauen Wetten Uns fehlt genau einer dann Wetten genau einer wird fehlen Handschuhe Sind aber Red Können wir verkaufen Und wir haben wieder Einiges an Leder Das lohnt sich halt Ne Kühlschlern lohnt sich Mega Ich würde sagen Bergbau Ich muss bergauf Skillen Im nächsten Kupfer Werd ich erstmal verhütten Weil Wir müssen Sinn abbauen können Und Silber Hatte ich ja letztes Mal auch Leider Nicht abbauen können Das ist Leider Ein bisschen traurig Nicht genug Er ist irgendwie komisch Aber ein bisschen gelöst Komm Hör wir ihn Ach Und jetzt droppt er mir bestimmt Ganz genau einen Ich bin außer Reichweite Wo ist denn Einige Löwen Doch doch Und das hier auch noch raus Dann haben wir die Quiz Auch direkt erledigt Das wäre geil Komm Das packen wir bestimmt Kann ich noch nicht tun Bitte ja So gerade wird gut Hatte Alles klar Schauen wir mal im Auktionshaus nach Ob die irgendwas wert ist Keine Ahnung Könnte ja sein Welches hier an einem Silber Oder zwei Werden wir noch sehen Brauche mehr Wut Warum Weg mit dem Perfekt Das ist doch einfach nur perfekt Und der erste Bonus Noch schön Ordentlich Okay Zintauchen Sollten wir auch killen Und devia belagt Das heißt hier Demnächst die Runde Aber wir geben erst mal Quests ab Wie viel Erfahrung wir haben Ich würde sagen Dann bestimmt bis zur Hälfte Oder so Mehr kann ich mir nicht vorstellen Wie viele Quests sind das jetzt Drei Vier Quests Glaub ich Die wir abgeben Müssten vier sein Und wir kriegen da ein paar neue Das ist auch schon mal nice Kraft und Ehre Sind das Level 20er Quests? Nee oder? Ja Wo mir der Level 20 angezeigt Keine Ahnung Ich habe absolut kein Plan Aber egal Hauptsache neue Quests Deutlich besseren Gürtel Vorwärts Das ist nice Und nochmal Geil Es hat sich hier auf jeden Fall schon dick gelohnt Leute Nehmen wir hier ab Verkaufen einmal so ein bisschen Den Kram Das können wir alles erst mal ein bisschen behalten Das passt erst mal Was müssen wir hier kriegen Natürlich nicht unbedingt so nice Aber Können wir dann ja auch verkaufen So Kollege Ich habe Ware für dich Ich habe eine schöne Ware Warte mal Das können wir auch noch abgeben Das versuchen wir jetzt zu verkaufen So Dann haben wir schon wieder 86 Silber Ne? Das müssen wir hier abgeben glaube ich Ne? Dann haben wir auch noch zwei Quests Dann hier was zum sammeln Hm Und das wollte ich auch noch machen Ne? Ich glaube das sollten wir auch mittlerweile schaffen Aber da muss ich Stückchen laufen leider Ne? Oder sollen wir es mit Level 15 machen? Wir haben hier echt Mehr als genug zu tun eigentlich Ne? Leute Ich würde sagen Das war es mit dieser Folge Wenn es euch gefallen hat Wie immer Bewerten und Kommentieren nicht vergessen Sonst würde ich sagen Bis zur nächsten Folge wieder Ciao Nooo Nooo Nooo